und willkommen zum neuen paar let's play mario die pärchen es geht sofort weiter bis gleich diese gute laune macht auch wieder so viel gute laune los geht's los geht's baby ich freue mich auf einen neuen part und ich freche mich heute ein bisschen auf hier ich höre ich mir ein bisschen auf war vor vor egal aber ein paar les play mario die hobby drauf und jetzt ist los wenn ich eine andere stimme habe ich habe ein bisschen hals kratzen aber keine halsschmerzen ich habe nur hals kratzen nicht oder ich habe nur hals kratzen ich würde sagen was leicht so ich freue mich auf jeden fall darauf dass wir heute spaß haben mit der neuen folge von let's play mario juhu 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 wir fangen an juhu so ja wir müssen wir müssen beim nächsten mal extra denken dass wir uns ein bisschen aufleveln weil ich war ja nicht so gut aufleveln das müsst ihr auch stehen bei bio ich bin nicht so gut in aufleveln und ich jetzt player sehen würde das gerne auch mal irgendwann mit euch mehr kämpfen ich habe keine lust und das ist mir so viel zeitverschwendung also tut mir leid aber beim nächsten mal kommt auf jeden fall irgendwas alles gut dann könnt ihr euch auch drauf freuen let's go genau ok danke hier ist auf jeden fall was bei bio genau danke egal was soll's naja kann man performen ja ich muss ein bisschen teilen ja ja genau ich muss ein bisschen teilen das ist halt schwierig alles gut bei bio so was ist denn eigentlich hier los hallo hallo was ist denn hier so los ach da kann was wir dran ziehen das frau bitte da bei bio genau komm her komm wir kämpfen einfach jetzt mal ist mir egal komm wir kämpfen einfach jetzt mal alles gut so wir versuchen unser bestes let's go genau so ich mach einfach jetzt mal das ok gut wir sind ja nicht schlecht bei bio genau kommen wir nicht sagen ok der lüge die graf verarscht ok wir haben mich getroffen dass er gut oder nein das war schlecht aber ich habe mich halt dran dann kann man nicht sagen so und nein nein ja oh gott ich habe nichts ich habe nicht so viel schaden genommen ist ok aber wenn sie ja verdoppelt die domen und die kaner war es nur naja ich heile mal online ist schlecht kann man einfach ist mario let's go wo wir benutzt oder ja gut ich habe als zwei damit aber ist egal komm leider war unnötig aber ich habe keinen normalen quatsch ok ich nehme mom baby ok let's go ich bin so schlecht in diesem game aber einfach so wenigstens mal ich verlose wenigstens mal glück mal ok war ok oder ich denke mal schon ok kopieren let's go ok 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 ok